Hey Leute und willkommen zurück zum K-Nearest Neighbor Algorithmus. Letztes Mal haben wir uns das Ganze grafisch angeguckt, diesmal wird es ein bisschen mathematischer. Kurze Anmerkung noch, wir hatten, bzw. ich hatte den schon mal hier auf meinem Kanal vorgestellt, und zwar in Java, falls ihr Bock habt, guckt mal den Java Algorithmen nach, vielleicht findet ihr ihn sogar. Ja, jetzt zum Mathe-Teil, und zwar wie berechnen wir diese ganzen Entfernungen überhaupt? Denn wir haben ja nicht nur zwei Dimensionen, wie wir es bisher gesagt haben, oder uns veranschaulicht haben, sondern wir haben im Prinzip tausende Dimensionen, das heißt, das können wir gar nicht alles zeichnen. Wie berechnen wir das? Dazu habe ich euch mal hier eine kleine Formel mitgebracht, die sieht komplizierter aus, als sie eigentlich ist. Lasst mich euch das alles mal erklären. Und zwar, wenn wir uns einen Datenpunkt X angucken, jetzt geht es sogar noch über der Formel weiter, wenn wir uns einen Datenpunkt X angucken, dann sagen wir dieses X, achso, da muss ich erstmal New Line eintragen natürlich, New Linge, genau. So, wir teilen dieses X auf in seine verschiedenen Attribute, also von 1 bis N sozusagen. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Attribute, jedes davon ist eine eigene Dimension, hatten wir gesagt. Und deswegen nennen wir die jetzt einfach mal A1 von X, dann A2 von X. So, jetzt habe ich die Schreibweise raus. A2 von X und so weiter und so fort. Also wir haben hier, wie gesagt, tausende von Eigenschaften drin, bis hin zu insgesamt A N von X. Okay, so und jetzt machen wir hier noch die neue Zeile wieder vernünftig rein. So, das heißt, wir teilen unseren Datenpunkt X, also so einen Punkt hier in diesem Feld, zum Beispiel dieses schwarze und dieses rote hier, teilen wir auf in eben die Attribute A1, zum Beispiel die Breite oder die Höhe oder sowas. Und an A2, A3 und so weiter bis hin zu A N, was beliebig groß sein kann. Also N könnt ihr euch zum Beispiel als 1000 vorstellen. Das heißt, da steht im Prinzip 1000 Attribute in unserem Datenpunkt drin. So können wir uns das eigentlich vorstellen, sind alle Datenpunkte gegeben. Denn das hatten wir ja von vornherein gesagt, die müssen alle irgendwelche Eigenschaften haben. Okay, und dieses D hier, das ist jetzt einfach eine Abkürzung für Distanz. Also D steht für Distanz. Die Distanz von Datenpunkt I zu Datenpunkt J, das sind einfach nur zwei verschiedene Datenpunkte. Der eine Punkt könnte jetzt zum Beispiel dieser grüne hier sein. Und der nächste Datenpunkt, zu dem wir eben die Distanz messen wollen, ist dieser schwarze hier. Okay, also von grün zu schwarz ist die Summe, also ich summiere alle. Ups, jetzt fehlt hier tatsächlich noch was. Jetzt ist es da. Ich summiere über alle Attribute drüber. Das heißt, ich nehme erstmal mein Attribut 1 und schaue, okay, wie weit sind denn hier meine Datenpunkte voneinander weg, indem ich, verdammt, das hier muss dahin. Genau. Also erstmal schaue ich nach dem ersten Attribut, wie weit sind sie da voneinander weg. Dazu nehme ich einfach den ersten Datenpunkt, ist egal welchen, und subtrahiere den zweiten Datenpunkt. Genau dasselbe Attribut natürlich, also nicht irgendwie unterschiedliche Attribute, sondern wenn ich das erste Attribut beim einen betrachte, betrachte ich auch das erste beim anderen. Okay, wenn ich diese Differenz habe, dann kann es natürlich sein, dass ich was Negatives habe. Zum Beispiel, wenn mein Datenpunkt i, also der grüne hier, links von meinem roten hier zum Beispiel ist, dann kriege ich, wenn ich was subtrahiere, kriege ich was Negatives. Um dieses Negative wegzukriegen, denn die sind ja schon noch ein bisschen auseinander, die sind ja gleich weit auseinander, wie wenn der rote rechts davon liegen würde. Und um dieses Minus wegzukriegen, quadriere ich das Ganze einfach, denn Minus mal Minus gibt Plus. So, also dieses Minus hier wegkriegen, falls es eins gibt, falls es Positives, brauche ich es nicht wegmachen, passiert aber trotzdem nichts, denn Plus mal Plus gibt auch wieder Plus, deswegen quadriere ich hier hinten. Und diesen Abstand, den summiere ich jetzt einfach auf für jeden Datenpunkt, äh, für jedes Attribut. Also ich schaue erstmal in X-Richtung, wie weit sind sie voneinander weg, dann schaue ich in Y-Richtung, wie weit sind sie voneinander weg, und dann nach hinten und dann in die vierte Dimension, die wir nicht mehr zeichnen können, die wir uns nicht mal mehr vorstellen können, dann die fünfte, die sechste und so weiter, bis hin zur tausendsten Dimension. So, und wenn ich das alles gemacht habe, die habe ich jetzt noch nicht eingezeichnet hier, wenn ich das alles gemacht habe, dann will ich dieses Quadrat vielleicht wieder wegkriegen. Und dazu ziehe ich die Wurzel aus dem ganzen Term hier. Also im Prinzip, so, damit ich eben, wie gesagt, dieses Quadrat am Ende wegkriege. Jetzt sieht das mega kompliziert aus, aber ihr habt gemerkt, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert und im Prinzip muss man es nur einmal einprogrammieren, dann hat man diese Funktion D von X, J. So, wenn ich diese Funktion jetzt habe, kann ich also den Abstand zwischen meinen Datenpunkten, also zum Beispiel von diesem grünen Punkt hier und dem Punkt hier hinten, kann ich auch erledigen, kann ich auch rausfinden. Ich mache diese hundertmal wieder weg, hatten wir ja letztes Mal drüber geredet, wie das Ganze zustande kommt. Diese, ja, diese Teile sollten natürlich normiert sein. Okay, jetzt kann ich, wie gesagt, den Abstand von meinen verschiedenen Punkten berechnen. So, was mache ich nun also, wenn ich irgendwie lernen möchte? Also, wie sieht mein eigentlicher Lernalgorithmus aus? Mein eigentlicher Lernalgorithmus macht im Prinzip gar nichts. Der nimmt natürlich nur klassifizierte Daten, also Daten, von denen ich weiß. Die haben dann zum Beispiel noch so ein zusätzliches Label hier, also ein, keine Ahnung, ein Y von X nennen wir es mal. Und dieses Y von X, das gibt mir an, ist es oder ist es nicht in meiner Klasse drin? Also, ist es rot oder ist es schwarz? So, und wenn ich jetzt einen neuen Datenpunkt anfüge, dann weiß ich natürlich noch nicht, ist es rot oder ist es schwarz? Und deswegen will ich das ja rausfinden. So, was mache ich also ganz am Anfang? Ich bekomme haufenweise Punkte mit dieser Form. Die speichere ich mir einfach alle eins zu eins in irgendeiner Struktur. Wie man das ganze Zeug speichert, dazu werden wir nicht kommen hier. Aber, falls ihr Interesse habt, könnt ihr das gerne mal machen. Ihr könnt euch das Ganze einfach als Liste oder als Array vorstellen, wenn ihr eine fixe Zahl habt. Das heißt, wir haben hier eine ganze Menge von Punkten. Und wenn ich jetzt einen neuen Punkt klassifizieren möchte, zum Beispiel, wenn jetzt jemand direkt in meinen Sprachekenner reinredet, dann habe ich ja auch wieder so einen Datenpunkt hier, also zum Beispiel einen Laut, den er von sich gibt. Und jetzt möchte ich rausfinden, ist es ein A gewesen oder ist es kein A gewesen? Also, was mache ich? Ich berechne D von XI, XJ für alle Punkte. Nur, dass mein XI immer mein neuer Datenpunkt ist und meine XJ sind alle anderen Datenpunkte. Das heißt, ich berechne dieses D. An der ersten Stelle setze ich meinen neuen Punkt ein, den ich bekommen habe. Und an der hinteren Stelle, wie in der Vorschleife, könnt ihr euch das vorstellen, oder in der Y-Schleife, am Ende oder in der zweiten iteriere ich drüber. Das heißt, ich packe jeden Punkt einmal rein. Dann merke ich mir jeweils die Distanz hier hinten und die k-kleinsten Distanzen, deswegen k-nearest neighbor, wie gesagt, die k-nexten Punkte schaue ich mir ja an. Die k-kleinsten Distanzen, die speichere ich mir jetzt zwischen. Und das sind dann die Punkte, die am Ende voten dürfen. So, oder die speichere ich mir jetzt halt in irgendeine Liste rein, also diese Punkte, die hier die kleinsten sind, die k-kleinsten. Die speichere ich mir in eine Liste rein. Und wenn ich durch bin, wenn die Liste voll ist mit den k, oder wenn ich durch alle Punkte hier durch bin und die k-kleinsten in meiner Liste drin habe, dann frage ich diese k-Punkte und summiere auf, wie viele sagen, dass es eben rot ist und wie viele sagen über dieses y hier, dass es schwarz ist. Und dann schaue ich einfach, welcher Wert ist größer, also mache ein Maximum davon. Und je nachdem, welches gewonnen hat, also rot oder schwarz, sage ich dann eben, mein Punkt ist rot oder schwarz. Und das ist der ganze Algorithmus, das war es eigentlich auch schon. Und ja, euch bleibt jetzt überlassen, natürlich nur, falls ihr Bock drauf habt, dass ihr das Ganze selbst mal implementiert. Ist gar nicht so schwer, wie es eigentlich aussieht. Haben wir hier auch schon auf dem Kanal gemacht, wie gesagt. Und ja, soviel zum normalen K-Nearest-Neighbor. Nächstes Mal schauen wir uns eine Variante davon an, nämlich den gewichteten K-Nearest-Neighbor. und der wird ein bisschen komplizierter, aber nicht wesentlich. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.